Ich bin mittlerweile Selbstgründerin und habe gemerkt, dass das Team das A und U ist. GründerInnen kennst du nur aus dem Fernsehen? Mach's lieber selber. Mit dem IW Junior-Programm des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, in alle Bereiche Einblicke zu haben. Gründe dein eigenes Unternehmen, setz deine Geschäftsidee um und lerne dabei wirtschaftliche und finanzielle Zusammenhänge kennen. Meine Aufgaben sind die Organisation und die Durchführung der Geschäftsmeetings und das Geschäft nach außen hin ins Quadraten. Bau dein erstes Netzwerk auf und vielleicht wird aus deinem Business deine Zukunft. Ihr wollt auch gründen? Macht es einfach.